cool so wechselt man also die Munizung haben wir schon mal gut herausgefunden hier müssen wir auch hier durchkommen oh mann alter die Atmosphäre ist echt erdrückend erdrückend so aggressiv werden wir es schaffen? warum zum teufel hast du das getan? warum hab ich was getan? was hab ich getan? ja tut mir leid dass ich vorhin durch das Loch gefallen bin kann auch nichts dafür ich hab halt nicht hingeguckt wo ich hinlaufe nicht gut ganz und gar nicht gut was ist hier drin? nix nix wichtiges renn mal nicht weg mein kleiner Freund und ich komm ja auch noch tap tap wow das war eine Fart wer bist du? du bist hier renn doch nicht immer so schnell weg vielleicht gibt es hier Dinge die wir hilfe hilfe ich hoffe das war's jetzt ich hoffe das war's jetzt diese Biester machen mich noch verrückt eine gefährliche Gegend ist das hier verdammte Scheiße ist nicht gut und eine Treppe wie praktisch sieht nur nach einer Falle aus das heißt scheiß drauf gehen wir du bist der Boss du machst was wir du schlägst vor was wir machen sollen Alter vielmer wo bist du? Wo bist du? Alter, hallo? Boah, Alter, rennen wir doch nicht weg. Man kann hier echt nicht alle da auseinander, äh, äh, klamüsern, ey. Die Marktstation war nicht mehr weit entfernt. Aber Bourbon warnte mich, dass unser Weg durch die vergessenen Katakomben führen würde. Oh, scheiße. Das heißt nichts. Guten Tag. Na, verdammt. Als wenn Norsalis hinter uns nicht genug wären, stecken wir auf einem beschissenen Frito fest. Atiom, durchsuche die Leichen und versuche uns hier rauszubringen. Okay. Oh Mann. Das ist kein... Boah. Speck. Was ist das? Wo sind wir hier? Ah. Ah. Was war das? Wo, 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 was war das gerade? Flashbang. Wo ist mein Freund jetzt denn gerannt? Rastige Sticks. Ah. Komm schon, eröffne dich. Antion, ich habe das Gefühl, dass hier irgendwas nicht steht. Das habe ich aber auch. Mann, ich zähle auf dich, Junge. Was, wie, wo? Komm schon. Ich verspreche dir, mein Liebes, ich komme wieder und schmiere dich. Du bekommst auch neue Farbe. Oh, große Tür. Ich höre, du rufst mich. Was ist das? Was? Was? Hält uns mal auf. Schafft das. Schafft das. Jetzt bin ich glücklich. Ja, komm, und ich... Komm. Komm, Junge, komm. Du schaffst es. Nein. Was, was, was war das? Ah. Was zum Teufel ist mir geschehen? Ich weiß es nicht. Oh, jung, hast du diese Lieder gehört? Ja, habe ich. Das wünsche ich keinem Feind. Das wünsche ich auch keinem Feind. Vergess es ja nicht, wie du das bist. Hilfe. Komm schon, Junge. Ich habe keinen Bock, hier zu sterben. Eine Leiche angekappert. Da ist nix. Licht aus. Brauchen wir hier nicht. Hier brauchen wir sie wieder. Und hier ist der Markt. Bleibe ruhig. Onkel Böben bringt uns schon rein. Ja, ich bin immer ruhig. Hey, Leute. Aufmachen. Lasst eure zweibeinigen Brüder keinen unnötigen Tod sterben. Seid ihr taub da drin? Wir werden gefressen. Scheiße. Mist, Kerle. Wen habt ihr da mit euch geschleift? Verdammten aus alles. Säbjom, starte den Wagen. Wir bergen diese toten Männer. Adjom, halt durch. Das Schicksal ist auf unserer Seite. Ich hoffe es. Ich habe nämlich nicht mehr viel Munition. Es war schade. Scheiße. Was ist los? Scheiße Die Viecher machen mich echt noch kürre, Alter Und ich habe kaum Muni Voll in die Fresse Kommen wir jetzt durch? Wie, was soll ich sagen? Börben, alter Freund, bist du das? Und ich hatte die Hoffnung aufgegeben, dich lebendig wiederzusehen Simon, schau, wer Dinosalis aufgeschreckt hat Gottverdammt, jetzt sind wir in die Scheiße getreten Hey Michalic, was für ein Zufall Ich wollte dich besuchen kommen Habt ihr das gehört, Jungs? Holt die guten Teller raus Börben kommt zu Besuch Und jetzt lauf nicht weg, Börben Wir haben eine kleine Aufgabe zu erledigen Dann sind wir wieder da Du erinnerst dich, wo du auf mich warten solltest? Ja, tu es Die Leichen verschwinden Sicher? Ich kann dir helfen, dich zu erinnern Du hast mich verstanden, oder? Absolut Okay Und nun? Hilfe Cool Da sollen wir jetzt bestimmt rein Dann werden wir da jetzt auch mal reingehen, oder? Onkel Börben geht ja voraus Hallo Servus Markt So einen Markt hatte ich noch nie gesehen Man konnte fast alles kaufen Aber Börben schuldete den Wachen der Hanse Geld Und wollte schnell weg Das kann ich mir gut vorstellen Wer wollt die Waffen wegstecken? Wer sind sie? Ins Licht kommen Langsam, langsam Ich will verdammt sein Es ist Börben Hey, Leute Die beiden sollten wir besser durchsuchen Und, alter Softbolt Was hast du dieses Mal dabei? Und wer ist dieser Junge? Mich hat er dabei Schau, mein Chef Ich bin sicher, dass wir klarkommen Ja, sicher Komm, lass uns ein wenig reden Und du hältst dein Auge auf den da Nicht so misstrauisch, mein Lieben Nicht bewegen Stillgestanden Ich rede mit dir So, und jetzt sind wir hier auf der Warteschleife des Todes, oder was? Ich möchte hier durch Verdammt Willkommen Lass uns gehen Oder möchtest du ihre Gesellschaft noch länger ertragen? Nein, ich verzichte dankend Also, ihr habt einen anderen Tonfall gefilgt Wir stecken tief in der Scheiße Keine Chance, dass ich diese Marius-Aussage habe Mein Feuermann kann sagen, dass sie jetzt kennt ist Die ganze Stadt Was ist hier? Was ist hier? Wie eine Polatsche? Als ich sie vor Jahren sah Sassen darin noch die verkohnten Kö...